Ja, warte, warte! Wunderbares, leichtes, wie eine Zweitraut Jeanshemd. Das T-Shirt haben wir vorhin schon mal gesehen mit ähnlichem Sprint, diesmal andere Farbe. Kurze Chino-Jeans finde ich top. Enge Silhouette finde ich noch besser. Und trotzdem kann man sich bewegen. Sie reißen nicht, außer die Klammer fällt sich ja hinten ab. Aber die Klammer habt ihr ja nicht. Tschüss! ARD Text im Auftrag von Funk